Was ist das? Hallo, da sind wir runter zwei. Ist er immer noch nicht da? Ja, der kommt jetzt. Der ist jetzt losgefahren, hat er geschrieben. Ja, ja, der ist jetzt losgefahren, hat er gesagt. Ursula. Ne, das ist irgendwo versteht dich. Ja. Hm? Hey, hier zwei. Ja, ja, ich versteh's ja, Ursula, aber er kommt erst. Oh ja, du fährst ja um. Fährst du genommen und verhungerst. Verhungerst du? Oh, der Febo auch. Alle fallen um und verhungern. Oh je. Pass auf, Kira, die hat jetzt gerade keine Nerven. Echt nicht. Die hat Hunger. Geh, Ossi. Hast Hunger, ne? So Hunger hast du. Ach! 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 Ach, 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 ach! Ach, 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 ach! 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 Es dauert, bis es noch eine halbe Stunde wieder kommt, In 30 Minuten hältst du dich noch aus. Ursula. Ja, schimpfe. Hallo, die Ursula hat gerade keine Nerven. Hört ihr bitte mal auf. Ursula. Oschi. 30 Minuten dauert es noch. Dann kommt da Essen, kriegst du dann. Ja, ja, ja. Ja, ja.